Hey, da ist ein Leben. Na komm mal her. Okay, das war irgendwie dämlich. Zumindest krieg ich so nicht das Leben. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, und du kommst hierher. Fünf. Prima. Ähm. So, und weiter geht's. Okay, jetzt stehe ich schon wieder auf irgendwas. Ja. Was Torpedoartiges. Okay, ich muss anscheinend... ...mich hier irgendwie durch... ...fuchsen. Moment. So. So ist ja nicht... ...weiter, ja. Hier lang. Hier lang. Nein, nein, nein. Nein. Und wieder am Anfang. Super. So hab ich mir das vorgestellt. Oh, nein, 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 nein. Genau, genau, genau. Zieh mich weiter. Ah, ein einziges... ...ein einziges Leben noch. ...und drinnen. So, jetzt wär ich ganz... ...froh über ne Möglichkeit, mich wieder aufzuladen. ...ein. Das sieht nicht gut aus. Nicht gut. Oh, Würfe. Moment mal, du könntest mir hilfreich sein. ...wennst du mir... ...wennst du mir? Wow. Hm, 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 war ja so klar. ...den krieg ich. Nein. Ich bin im Pilz gestorben. Ein einziges Leben noch. Wow, Risiko. Weg. Ich glaub, einfache Sprünge sind hier besser... ...als irgendwie Doppelsprünge oder so... ...weil die Mario zu lange oben halten. Normal krieg ich die ja nicht auf, die Thronen. Au. Nein. Hoch hier und weg. Bloß weg. Ah. Ich denk mal nicht, dass ich hiermit die roten... ...kaputt machen kann. Also geh ich hier hoch. Oh. Moment mal. Das kommt mir irgendwie... ...sehr bekannt vor. Hab ich das Vieh nicht schon getötet? Äh, anscheinend nicht. Komm, ich hab dich mit einem Lebenspunkt gekriegt. Wird das ja wohl jetzt auch funktionieren. Au. Okay, ich hätte bei dem Luma noch... ...nen großen Pilz holen können. Also die roten können mich nicht... ...angreifen, wenn ich stehe. Das ist gut zu wissen. Okay, den brauchte ich gar nicht. Und... ...bei ihm kann ich draufspringen. Er ist... Ach, weg mit ihm. Sag dir, du sollst sterben. Haha. Oh, das... Uäh, hey. Ist genau dahingesprungen, wo ich war. Schiebung unfair. Und rein lang. So, also wenn ich den nicht mit dem Risikokomet machen muss, dann bin ich zufrieden. Maximal auf die... ...na, obwohl doppeltes Tempo ist auch doof. Sammeln alle die lila Münzen? Na, ich glaub, das geht nicht. Naja. Gut. Da ich heute nicht ganz so viel Zeit habe... ...hört's hier erstmal auf. Für euch bleiben's ja trotzdem immer noch... ...zehn Minuten Parts. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.